Hallo, willkommen zu einer kleinen Info hier, nur ganz kurz. Es gibt heute ein Nazca und WWE Reactions Video oder Stream halt. Und das wird dann auch später hochgeladen, falls ihr dann nicht gucken könnt. Und falls ihr joinen wollt, dann könnt ihr es ja machen. Und ja, wir sehen uns dann da und danke fürs Zusehen dieses Videos. Ciao.